Stars verschönern gerne ihre Körper mit Kunstwerken. Miley Cyrus tut es, Flo Rida natürlich auch und Justin Bieber erst recht. Auch YouTube-Star Simon Dessio hat sich vor zwei Jahren ein Tattoo stechen lassen. Zu sehen bekommen haben wir es aber leider noch nicht. Bis jetzt. Zwei Zeilen hat sich Simon auf die Rippen schreiben lassen. I'm not here for a long time, I'm just here for a good time. Wer sich einmal stechen lassen hat, tut es meist ein zweites Mal, oder? Eigentlich schon. Eigentlich wollte ich meinen Rücken damals ganz voll machen, so auf Prison Break Style. Okay, nicht so extrem. Ich wollte viel mehr machen, aber das Problem ist, ich bin eine Pussy, wenn es um Schmerz geht. Nee, es ist halt das Ding, es dauert sehr viel Zeit und das ist ja in Anspruch. Und ich habe nicht so viel Zeit, dass ich da jetzt hingehen kann. Also ich würde einmal, wenn dann gerne hin und dann durchziehen, einmal richtig durch, weißt du, dass es fertig ist und nicht, dass ich mehrere Sitzungen machen muss. Und ja, ich würde gerne mich haben, aber vielleicht auch. Das ist doch der Schmerz. Der Schmerz, der Schmerz. Wollt ihr mehr sehen? Dann abonniert unseren Channel und verpasst keine Folge mehr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020